So Leute, Part Nummer 35 steht am Programm und vorher haben wir noch eine sehr interessante Anfrage bekommen. Wollen wir Englands Nationaltrainer werden? Ich würde es irgendwie cool finden. Ich lasse das jetzt nochmal offen, ich überlege mal. Englands Nationaltrainer zu sein, hätte natürlich schon was, weil wenn man schon irgendwo Nationalmannschaft übernehmen, dann soll es natürlich auch eine wirklich starke sein. Wir spielen jetzt mal das Duell gegen Manchester City. Ich überlege dann und werde es dann aber, glaube ich, wirklich annehmen. Was kommt next in the English Premier League? Ivanovic kann wieder am Training teilnehmen. Das ist jetzt natürlich eine interessante Wendung, was die Verletzung von Gary Cahill angeht. Für diejenigen, die den letzten Part nicht gesehen haben, unser Stamm-Innen-Verteidiger hat sich den Knöchel gebrochen beim Spiel gegen Everton. Das heißt, er wird für drei Monate ausfallen. Also richtig bitter. Gut, wir spielen gegen Man City. Jetzt ist die Frage, in welcher Farbe. Ich würde natürlich gerne im Blau spielen. Geben wir ihnen das Mädchen-Violette, wie auch immer. Und ja, ich habe jetzt Martic auf der Bank als zusätzlichen Innenverteidiger. Es kann aber genauso ein Philippe-Louis oder ein Alaba Walker, könnte ich mir auch vorstellen. Also wir schauen einfach mal, wie das Spiel selbst so läuft. Hughes tue ich runter, dafür darf Salah mitkommen. Gegen Man City brauchen wir auf jeden Fall wirklich starke Spieler. Und Salah hat letztes Spiel auch sehr stark gespielt. Spielt sich super. Dementsprechend bekommt er jetzt auch die Chance, Man City immer unangenehm zu spielen. Ich glaube, mit Stoke haben wir es geschafft zu gewinnen. Aber das Spiel ist, glaube ich, leider nicht auf dem Kanal online, weil ich da die Musik noch nicht abgedreht habe. Und da war irgendein Lied, das die Gamer gesperrt hat für YouTube. Jedenfalls, ja, schauen wir uns da jetzt gerade mal ein bisschen das Intro an. Chelsea gegen Manchester City. Schönes, spannendes Duell. Auch aktuell natürlich das Duell um die Meisterschaft. City ist knapp hinter den Spurs dritter. Dementsprechend, ja, Niederlage sollte man uns auf jeden Fall auch keine leisten. Ich glaube, man hat da gerade Frank Lampard auf der Bank gesehen, so ist es. Für den ist es natürlich etwas Besonderes, wenn der an die Stamford Bridge kommt. Und der hat ja auch argerweise in seinem ersten Spiel gegen Chelsea getroffen, zum 1-1 unentschieden. Ich glaube, es war 1-1. Schürrle. Boah. Joe Hart schießt da einen Verteidiger an, fast wäre er drin gewesen. Das war gar nicht Joe Hart. Ah, das ist dieser Caballero, glaube ich. So, Schürrle mit der Ecke. Die ist gut. Ah, kurz, Juma. Aber er wischte nicht so richtig, daher leider nur Abstoß. Aber wir fangen schon ganz gut an, wir verstecken uns nicht. Ich meine, das habe ich eh so und so nie vorher, egal gegen wen wir spielen und wenn es gegen die Bayern ist. Oder gegen Barca, auch egal. Aber ich bin neugierig, wie es sich Katsuma macht. So ein Riesentalent. Kam hier irgendwo aus Frankreich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es Toulouse war. Jedenfalls, ja, ist es ein sehr, sehr starker Spieler, über den ich mich sehr freue. Den habe ich vorher schon immer wieder gekauft, bei Fußballmanagern oder FIFA. Und dementsprechend ist es natürlich cool, dass der zu meiner Lieblingsmannschaft Chelsea geht. Ah, nett mitgenommen, aber hat zwar gut ausgesehen, aber ich habe überhaupt nichts gebracht. Schön unter Druck gesetzt. So haben wir wieder den Freistoß rausgeholt. Problem ist nur, dass gerade niemand mitkommt. Gehen wir mal auf Offensiv. Ich traue mich jetzt was gegen City. Und von der Taktik her würde ich halt gerne noch auf die langen Bälle gehen. War der einfach schlecht. Aber wir haben ihn wenigstens wieder. Schön rausgespielt von Walker und Zuma. Zu weit für Pogba, zu kurz für Hazard. Kompanie hat das ganz stark gemacht. Es ist schon schwierig, gegen die durchzukommen. Okay, ich wollte ihn anschneiden mit R1, aber der war dann doch zu schwach. Boah, war das gerade schlecht verteidigt. Unfassbar. Aber gut, abgedrängt von Katsuma. Ich versuche euch natürlich, was dieses Let's Play angeht, oder generell die Let's Plays auf dem Kanal und auch auf eBros, so viel wie möglich einfließen zu lassen. Das heißt, eure Vorschläge und so weiter. Gerade jetzt ist es halt... Ja, da ist es 1-0. Wunderbare Aktion. Traumhafter Kopfball. Und auch sehr schöne Flanke von Hazard. 1-0 gegen Manchester City, ganz wichtiges Tor. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ich versuche das natürlich immer mit einfließen zu lassen. Eure Kommentare, eure Spielerwünsche, wie zum Beispiel bei Will Hughes oder Saint-Han, war das so ein Fall. Jetzt gerade ist es natürlich so, dadurch, dass wir keine Transferperiode haben, ist es jetzt nicht ganz so... Ja, also nehme ich jetzt einfach ein bisschen vor auf, weil ich gerade sehr viel Zeit habe, heute zumindest. Und dann werden wir es sehen. Also... Boah, starke Aktion. Also sobald es gegen Ende der Saison geht, dann muss man natürlich eben dann quatschen, wie es weitergeht, wie ihr das auch haben möchtet. Schürrle, gute Aktion. Halawa. Boah. Also Chancen ohne Ende. Man City absolut chancenlos, aber das Problem ist halt, die haben so eine individuelle Qualität, dass das ganz schnell gehen kann. Und plötzlich ist der Ausgleich da. Und Fall von Schürrle, auch zu Recht, glaube ich. Einfach nur niedergerannt hier. Ich glaube so. None of us were expecting anything but that. Schöne Balleroberung. Diego Costa. Jetzt habe ich eh so viel Zeit gehabt. Auf jeden Fall sehr harte Partie gerade, wie ihr so in Zweikämpfen, glaube ich, ganz gut erkennen könnt. Schöne Aktion Fabregas. Aber Caballero klärt wieder. Oh. Wer schreibt mir da? Ich muss mal auf Lauter stellen, sorry. Ich glaube, das war sogar Facebook. Ah. Der letzte Pass. Da wollte ich jetzt vorbei und dann waren eh so und so alle gedeckt. Das ist sehr schwierig. Starke Aktion von Katsuma. Schmerzhaft, aber fair war es, glaube ich, trotzdem. Aber die Flanke war nicht gut. Jetzt heißt es aufpassen. Negredo haben sie jetzt vorne. Aguero haben sie, glaube ich, an die Bayern verkauft. Aber sollten wir echt ein ganz Nationaltrainer werden, ist das für uns natürlich auch ganz cool. Können wir auf jeden Fall Spieler ausprobieren, die wir uns für die Mannschaft vorstellen könnten und so weiter. Dementsprechend wieder gute Chance. Wäre das schon eine Überlegung. Ich glaube wirklich, dass ich es machen werde. Auch wenn es das Let's Play dann dementsprechend verlängert. Dadurch, dass es hier leider mit dem Fußballmanager Probleme gab, werde ich mich vielleicht so und so jetzt ein bisschen auf FIFA konzentrieren. Werden wir sehen. Ich bringe jetzt mal Willian für Schülle. Das passt, die Schülle kann dann im nächsten Spiel gegen City auch wieder Vollgas geben. Da ist er dann auch wieder recht frisch. Jetzt kriegt Diego Costa auch noch Geld. Aber auch zu Recht. Wie gesagt, sehr, sehr harte Partie heute. Bin jetzt auf ausgeglichen zurückgegangen. Starke Aktion von Oscar. Gleich direkt weitergespielt. Willian. Aber die Flanke war schwach. Die war wirklich schwach. Alaba ans Außennetz. Bin trotzdem nervös. Also ich will unbedingt ein zweites Tor nachlegen. Jetzt habe ich irgendwie Angst vor einer gelb-roten Gelt. Starke Aktion. Den Zweikampf muss dann gewinnen. Dann schaut es wirklich gut aus wieder. David Alaba. David Alaba. Was wir auf EA Sports sehr schnell für euch haben, ist unsere Präsentation der FA Cup-Fixture. Chelsea. They'll be hosting Manchester City. Ah. David Alaba. Alaba. Kein schlechter Schuss. Ich hoffe, Ivanovic ist bald wieder fit. David Alaba. Oh, ganz zart von Caballero. Nein, das gibt's nicht. Wenn ich gerade wieder Chancen vergib? Wen bringen wir noch? Was machen wir noch? Derweil gar nichts. Das gibt's nicht. Müsste schon längst das 2-0 gefallen sein. Ihr wisst, wie gefährlich das ist. Schöner Pass. Willian. Immer in Ecke. Caballero wieder stark. Der war sogar noch abgefälscht, glaube ich, vor ihm. Fabregas mit der Ecke. Walker. Auch zu zentral. Da kann man hin und wieder Glück haben, dass der abgefälscht wird. Aber da war's halt jetzt gerade nicht der Fall. Ich bring statt Oskar... Ne, ja doch, statt Oskar van Ginkel. Oskar ist schon etwas müde. Der hat nämlich nicht die beste Ausdauer. Schöne Aktion Pogba. Und einfach reingeknallt. Aber wie? Paul Pogba ganz stark. Das nütze ich aber gleich aus, um Trogba zu bringen. Also Diego Costa wieder zu schonen für das zweite Spiel gegen Sibyl. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, Pogba, der kann schießen. Der kann vor allem auch fest genug schießen. Ich schieße da jetzt einfach mal Caballero mit rein ins Tor. Und das hat so ungefähr funktioniert. Komm. 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 conversant wo der hat. Ok. Ah, den verteidiger hab ich gerade nicht gesehen. Gehör trotzdem. Wum-ens ausgezeichnet. Da hat der Kommentator jetzt schon früher gewusst, dass wir rankommen an den Ball. Jetzt auf sehr, sehr defensiv, also Abwehrregeln und Konter. Boah, Glück gehabt. Obseits Toronea, Arturo Vidal ist dort. Ich sollte den Ball einfach wegspielen und nicht versuchen rauszupassen. Jetzt hat es zwar keinen Schaden gehabt, aber trotzdem, das kann so daneben gehen. So Alaba, schöne Aktion, sehr schöne Aktion. Oh, den habe ich dringend gesehen. Aber Fans anscheinend auch sehr, sehr glücklich heute, zu Recht. Gegen Manchester City muss man erstmal gewinnen. Dann auch noch so souverän. Gut. Nicht schlecht, 2-0 Sieg gegen Manchester City. War eine sehr, sehr schwierige Partie. Vor allem, weil die mit Cavallero ja einen unglaublichen Torhüter jetzt in diesem Spiel gehabt haben. Der hat sich auf jeden Fall vor einer wesentlich höheren Niederlage bewahrt. Ansonsten hatten wir auch noch Glück, dass der Anschlusstreffer abseits war. Zum Schluss hat City gedrückt und gezeigt, was die wirklich können. Aber wir haben es geschafft. 2-0 Sieg. Die Fans haben sich zu Recht gefreut. Wäre auch noch mehr drin gewesen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir jetzt im nächsten Spiel wieder gegen Manchester City dann ordentlich Gas geben. Also könnt gespannt sein. Nächster Part wird wieder das Duell gegen Manchester City. Dieses Mal mit einer wahrscheinlich schwächeren Mannschaft und im FA Cup. Also bis dann, liebe Leute und...